Hallo. Mittlerweile ist es schon ein routinemäßiger Umgang der Bundesregierung mit unangenehmen Wahrheiten. Beim Armuts- und Reichtumsbericht wird frisiert, bis das Ergebnis stimmt und der Familienbericht, der kommt es gar nicht an die Öffentlichkeit. Und wenn nur über Umwege. Warum? Weil da einfach Sachen drinstehen, die Frau Christina Schröder, unserer Frauen- und Familienministerin, nicht passen. Da steht zum Beispiel drin, dass viele der Mittel, die wir in Deutschland für Familienförderung einsetzen, nicht effektiv sind. Zum Beispiel das Betreuungsgeld dürfte in diese Kategorie fahren. Das Betreuungsgeld ist eine Fehlinvestition. Wir brauchen stattdessen Investitionen in Infrastruktur, in den Ausbau von Kita-Plätzen und Ganztagsschulen. Und das genau fordert die SPD. Wir brauchen nicht die Förderung von Ehen, sondern die Förderung von Familien. Deswegen sagen wir, das Ehegattensplitting muss ersetzt werden. Und wir wollen, dass das Kindergeld gerechter wird. Das Kindergeld sollte vor allem Familien mit kleineren und mittleren Einkommen zugutekommen. Nur um drei Beispiele zu nennen für eine gute Familienpolitik. Gut, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in diesem Jahr entscheiden können. Am 22. September geht es auch um eine gute Familienpolitik. Und genau das werden wir zum Thema machen in den nächsten Monaten.